hallo und herzlich willkommen zurück zu battlefield 5 wir sind immer noch in norwegen unterwegs und müssen den vermissten widerstandskämpfer finden der muss hier irgendwo sein und wenn er euch jetzt fragt der hatte doch gerade noch andere waffen und die leichen lagen doch woanders richtig da ich technisch so ganz wollte wie ich wollte musste ich diesen teil noch mal machen hier bis hierhin da der speicherpunkt leider ein bisschen weiter vorne ist und nicht direkt hier quasi aber ihr habt nichts verpasst denn jetzt nehme ich euch wieder mit wenn wir ja solveig mamma hva gjør du her Fühlte dich. Pröv dir dein Leben. Es gibt wichtige Dinge. Das nicht ich. Bleib mit hjem. Solveig. Ich muss vielleicht nach Hause. Tyskern haben wir noch etwas zu finden. Ich gehe mit Nött und Stoppen. Okay. Dann folgen wir mal, Astrid. Was ist passiert? Nein. Wir wollen nicht. Ich habe die Fühl für andere. Wir brauchen mehr Soldaten. Wir müssen sie unternehmen. Ich brauche nur zu gehen. Wo sollen wir? Ich muss noch etwas wichtiges finden. Fühl mich. Da ist noch ein nettes Maschinengewehr. Das tauscht ich doch mal glatt gegen die Sniper aus. Zuerst. Was machst du da? Entschuldige dich! Behalte ich mal die Tür im Auge. Das Gewehr gefällt mir. Wenn sie die Treppe hochkommen, dann hole ich sie mir. Wo hat er mich denn? Oh. Da ist er. Gar nicht gesehen. Da kam sie doch nicht die Treppe hoch. Müsste Munition noch sammeln. Haben wir es dann. Möchte nicht drängeln oder so. Aber. Hier stürmen gerade ein paar. Das Haus. Ich hab's da. Na Gott sei Dank. Sie hat's gefunden. Wo geht's jetzt hin? Sind wir Löch? Ich muss abortera herum all das Anlegget. Warum? Das ist kein our Display. Wir müssen raus! Wir müssen stopfen Sie bereit soup. Mm. Ich komme mit gern Kontrollen her. Wir müssen auskissen die Zentrale. Was ist denn da? Eine große Metallboxe. Ich kann es nicht mehr, Tico. Wir möchten es gut, oder? Flammenwerfer ausgeschaltet. Geht doch. Erstmal sabotieren. Und da hat sie Boom gemacht. So, weiter geht's zur nächsten... ...Umspannstation. Ich finde es immer gut, dass sie sagen, sie sind hier. Nicht, dass ich hier alleine bin. So, den nächsten sabotieren. Ganze Anlage in die Luft geflogen. Mal nachladen. Und dann hauen wir jetzt mal ab Richtung Brücke. Relativ zügig. Aber vorher gucken wir mal, was haben wir denn hier für eine Waffe. Nee. Ich finde die eigentlich schon in Ordnung. Machen wir uns mal hier unten rum zurück. Ganz so viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Müsste ja, vielleicht klappt das ja. Kommen sie erstmal schon so schnell hinterher auf dem Licht. Das Tor zu machen. Natürlich gibt es die eine andere Patrouille hier draußen. Fast gedacht. Übertreiben sie aber mal nicht. Naja. Okay, wir übertreiben's doch. Da unten müsste ja gleich die Brücke kommen. Wo wir uns treffen. Komm her. 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 K balanced her. Wir particieren. Wir disaster einen Platz. Komm her. inaß? Wir wir haben humid Heroin. Wir切ere Tmaß. Kannst Jesus er Wörter auf den Augen? Joan Wir bre nest니 zu greywörteren. Wir Amberven multiplier. Ник Oczywiście immer. Und der Kommando? Und der Kommando? Fulver? Den Kommando? Der Mutter? Meine Mutter? Lass die Binnen. Nicht nur eine Bette. Versteht du? Ja. Ich bin nicht. Stop! Wir sind für einmal abgestürzt hier. Natürlich jetzt nichts mehr am Mann, weder Waffen. Außer natürlich mal ein Messer. Natürlich ist es hier auch noch richtig kalt. Wir müssen mal eine Wärmekquelle finden. Da vorne sehe ich doch eine. Wir brauchen, dass wir die rechtzeitig erreichen. Und dann wärmen wir uns mal ein wenig auf. Und für einen Notfall nehme ich mir lieber mal die Schrofflente mit. Alles klar. Weiter geht's. Wahrscheinlich geht's von Wärmequelle zur Wärmequelle gehen. Fußspuren und Fußspuren um Sand, wollte ich schon sagen. Weißer Sand wäre ja schön, aber... ...sieht hier ja ein bisschen anders aus. Warum ist die Patrouille hier? ...und ich schnell mal wieder ein Feuerchen langsam. Da! Was hat man hier? Das Maschinengewehr. Das nehme ich auch gerne mit. Dann machen wir uns mal hier wieder weg. Weil sie da sind und mich gefunden haben. Dann laufen... ...zur nächsten Wärmequelle, wo wir uns... ...aufwärmen können. ...aufwärmen können. Na klar. Oh. Weiter geht's. Schnell lasst der Kälte hier raus. Das war gar keiner. Das war ein Bomb. Hups. Ein bisschen aufwärmen hier wieder. So. Weiter geht's. Da sind noch welche. Sogar ein paar mehr. Sogar ein paar mehr. Dann hol ich mir erstmal den oberen und dann den unteren. Da höre ich auch schon die Hunde hinter mir, die nach mir suchen. So. Weiter geht's. Ich hoffe, wir sind nicht mehr weit. Oh, oh. 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 Uh oh. Es wird sich noch kälter, weil wir ins Wasser gefallen sind. Ich habe das gemacht für dich, im Motorrad, für deine Sicherheit. Mama, nicht weg. 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 Schnell zur Hütte laufen. Zulwey, wohnen ab! Beziehungsweise haben wir geschafft. Kann ich mit letzter Kraft ins Warme gerettet. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, Mama. Du har lagt in instrukser, så jeg skal stoppe Tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Alles klar, da haben wir nochmal drei Aufgaben, die wir erledigen müssen. Das Ganze findet dann aber in der nächsten Folge statt. Also schaltet auch dann wieder ein, wenn das heißt Battlefield 5. Danke fürs Zusehen. Ciao.